Guido Knopp ist ein Historiker, seine Worte sind Gesetz. Wer ihn kennt, der weiß das, wer nicht, der weiß es jetzt. Er heißt Knopp, Dr. Guido Knopp. Er wohnt im deutschen Fernsehen, er wurde dort geboren. In einer WG mit Adolf Hitler und anderen Senioren. Das ist Knopp, Dr. Guido Knopp. Die Geschichte hab ich griffbereit wie eine Tafel Schokolade. Ich zieh sie aus der Tasche, wenn ich Hunger auf sie habe. Jam, 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 das schmeckt so gut. Ich wusste gar nicht, wie gut das tut nicht. Alles auf einmal, dafür ist sie zu schade. Er ist mein Gedächtnis, was ich weiß, hab ich von ihm. Er kann so schön erzählen, so finster und intim. Das ist Knopp, Dr. Guido Knopp. Hitlers Helfer, Hitlers Frauen, Hitlers letzte Sekretärin. Hitlers Hund trifft am Gartenzaun. Hitlers Kiefernorthopädin. Knopp, einer muss es ja machen. Geschichts ist so geil, ich wär so gern dabei gewesen. Guido kennt sie alle, die Guten und die Bösen. Er sieht aus wie ein dunkler Friseur, doch er ist Historiker. Ich will's immer wieder anschauen und nix mehr drüber lesen. Wollt ihr den totalen Krieg? Deutschland muss ein Ruck gehen. Wollt ihr den totalen Krieg? Deutschland muss ein Ruck gehen. Sie sind Wehleit, meine Herren, und ich soll diese heutige Zeit bestimmen. Deutschland muss ein Ruck gehen. Ich bin ein Biliner. Ich bin ein Biliner. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ratschieb, Ratschieb. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen. Ratschieb, Ratschieb. Doch, 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 doch. Ich sitz vor der Geschichte, es ist irgendwie nicht meine. Manchmal denk ich, ich hätte selber keine. Bitte Guido, bitte, bitte. Ich hätt so gerne eine, eine von Knopp. Dr. Guido Knopp. Geschichte ist so geil, ich wär so gern dabei gewesen. Guido kennt sie alle, die Guten und die Bösen. Er sieht aus wie ein dunkler Friseur, doch er ist Historiker. Ich will's immer wieder anschauen und nix mehr drüber lesen. Wollt ihr den totalen Krieg? Deutschland muss ein Ruck gehen, Ruck gehen. Wollt ihr den totalen Krieg? Deutschland muss ein Ruck gehen. Die erste Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Deutschland muss ein Ruck gehen. Zeit, 5.45 Uhr wird jetzt zu rauchen. Wer behauptet sich gegen die Macht Saurons und Saurons? Es kann nur ein Ruck gehen. Wir freuen mehr Demokratie. Wir freuen mehr Demokratie. Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir freuen mehr Demokratie. Deutschland muss ein Ruck gehen. Da, da, da! Deutschland muss ein Ruck gehen.